Wie funktioniert der barometrische Höhenmesser in der Luftfahrt und was hat eigentlich der Luftdruck damit zu tun? Das Thema heute ist der barometrische Höhenmesser. So, dann schauen wir uns erstmal ein Höhenmesser an. Wie sieht er überhaupt aus? Da haben wir einmal in der Mitte den kleinen Zeiger, der zeigt die Höhe in 1000 Fuß an. Dann haben wir den längeren, größeren Zeiger und der zeigt dann die Höhe in 100 Fuß Schritten an. Also aus den beiden Zeigern ergibt sich sozusagen die Höhe in Fuß. Dann haben wir oben links ein kleines Einstellrad und an dem Einstellrad stellen wir den Referenzwert ein des Höhenmessers. Und der Referenzwert ist immer in Luftdruck angegeben. Also Luftdruck in Hektopascal. Und das Ganze können wir dann unten ablesen an der kleineren Anzeige. Das ist nämlich die Anzeige des Referenzwertes in Hektopascal. Und dann sehen wir, was wir da angestellt haben. Und da stellen wir dann normalerweise immer den QNH ein, in den unteren Lufträumen. Also den Luftdruck des Platzes runtergerechnet auf Meeresspiegelhöhe. Oder in den oberen Lufträumen ab der Übergangshöhe stellen wir da den Standardluftdruck von 1013,25 Hektopascal ein. Aber das Ganze könnt ihr nochmal in den anderen Videos nachschauen. Zum Beispiel in dem Video der Übergangshöhe. Da wird das nochmal genauer erklärt. So, dann schauen wir uns den Höhenmesser mal von innen an. Jetzt sehen wir ganz außen die gestrichelte Linie. Das ist wieder die Höhenskala. Dann sehen wir außerdem einen durchgezogenen Kreis. Und das ist das Zeigersystem. Also das, was den Zeiger bewegt. Dann haben wir eine luftdichte Aneuroiddose. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die einen Dosendruck enthält. Das ist die blaue Dose in der Mitte. Und außerdem in dem ganzen Befehl befindet sich der statische Druck. Und der statische Druck ist einfach der Umgebungsdruck. Also der Druck von außen. Der wird da über eine Leitung zugeführt. Und der ändert sich in der Höhe. Wird der statische Druck von außen jetzt niedriger? Was passiert dann? Können wir ja mal kurz schauen. Dann dehnt sich nämlich der Dosendruck aus. Und der gibt diese Bewegung an das Zeigersystem weiter. Und dementsprechend ändert sich der Zeiger. Und es wird eine höhere Höhe angezeigt. Das Gegenteil passiert, wenn der statische Druck von außen größer wird. Dann nämlich wird der Dosendruck komprimiert. Und die Dose zieht sich zusammen. Dementsprechend wird die Bewegung auch wieder an das Zeigersystem weitergegeben. Und es wird eine niedrigere Höhe angegeben. Dementsprechend müsste jetzt eigentlich klar sein, dass die Höhenmessung eigentlich nur auf dem Prinzip der Luftdruckmessung basiert. So, jetzt beziehen wir das Ganze mal auf die Praxis. Auf den eigentlichen Flug. Wie funktioniert da das Ganze? Und da kann man jetzt erstmal sagen, je höher das Flugzeug steigt, desto ein niedriger statischer Druck herrscht. Also ein niedriger Luftdruck herrscht. Und das liegt daran, dass es ganz viele kleine Lufthalchen in der Atmosphäre gibt. Und die Lufthalchen kann man sich so vorstellen, dass die gestapelt sind. Und das bedeutet wiederum, dass die unteren Lufthalchen den Druck von den oberen Lufthalchen auf sich haben. Und dementsprechend herrscht da ein höherer Druck. Und je höher man kommt, desto weniger Lufthalchen sind gestapelt und desto ein niedriger Luftdruck herrscht. So, dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt an mit dem Flieger, der hochfliegt. Da sieht man jetzt wieder, der Luftdruck lässt nach und die Dose kann sich ausdehnen. Und wenn er jetzt runterfliegt, wenn er sinkt, dann sieht man, der Luftdruck wird wieder größer und die Dose wird zusammengedrückt. Dementsprechend wird auch wieder eine niedrige Höhe angegeben. Und das war eigentlich auch schon das Prinzip des barometrischen Höhenmessers. Ich hoffe, das war verständlich. Vielen Dank fürs Zuschauen.